ja hier hallo er hätte er geht mal geht was geht ab und jungs ich habe er ein bisschen in meinem Zimmer wo Sascha Sascha zum Start die man wusste noch die Säure haben auf jeden Fall ihr läuft also ganz dumm durch die Gegend das ist schon ein bisschen gut aus du bist nur eine Schmerz regnet raus gut mal und hier ist das was sollen wir machen hat jemand erstmal eine kleine Ansage eine kleine Entschuldigung wäre nicht schlecht wir wollten kurz Bescheid sagen ihr wisst ja wir haben ziemlich genau eine Woche lang nichts hochgeladen ja 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 unter anderem damit zu tun dass wir bei Manic waren das waren die geplanten zwei Wochen äh zwei Tage meine ich und danach waren wir natürlich mit Ostern beschäftigt Familie alles drum und dran deswegen haben wir nichts getan weil wir natürlich auch Familie haben so viel dazu aber ihr seid ja ganz tolerierend und ähm das war die kleine Entschuldigung ihr werdet uns nicht schlagen oder nein die Wurzler wir haben übrigens in unserer Schammer Neustadt Stärzer Stärkstärkst am Mann nicht mehr als wir es nicht mehr was wir jetzt nie lernen weil ich jetzt nie lernen bestimmt nie ja auch gut also Sascha und ich werden Neustadt Stärk also liegt bei uns nicht bei Fahri klick bei uns und bei uns ist schön wo wo ist meine Treppe wo ist mein Wohl wo wo wie komm ich nach oben jetzt was ist hier passiert und ich hab hier warum was so stark als erster der Dörder der Dörder der Dörder doch jetzt habe ich sie mnen die Baut mnen 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 die jetzt bin ich wieder da was soll er mit der Zauberge mnen dazwoll ich nach oben bitte auf so auf und klar auf und drauf ich bin noch auf der Suche nach Lava und ich hab's nicht mehr drauf wir haben alles verlernt oder wir haben keine Woche enttäuscht mehr okay ich hab mir überlegt ich mache so ein bisschen Verschönungen draußen kosmetische Veränderung kosmetisch und das Mädchen auch so bei dir draußen nur draußen nur draußen glaube ich da ich würde es dir auch ab ja man weiß ja nie was frisches ist nicht schlecht ja so ich habe auch wieder Kommentare am Start heute ist übrigens mein Geburtstag leute nein alles Gäste und wir haben noch werden noch 13 Minuten ich habe neue Geburtstag ich glaube dann ist es wieder umgeladen Busse vorbei deswegen zählt es nicht nein 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 ist noch nicht vorbei ich hab noch 13 Minuten also wer Lust hat kann mir noch gratulieren ich bete das schon um Gottes Willen Wünsche Gratulah Wünsche okay also wir haben schön gefeiert ich hab Geschenke bekommen von den Jungs heute sind sie einfach auf einmal abgehauen und haben Geschenke besorgt aber übelgute ohne Witz genau das was zu dir passt echt hammergeile Teile jetzt fragen sich alle was hat der Dima geschenkt bekommen nur noch ich werde nichts sagen nein ich habe einen Film mit zwei Filme habe ich bekommen ein Anime von Studio Ghibli von den Machern von Chihiro und dann noch einen anderen Film auf dem Bild sieht es aus als würden sich zwei Jungs küssen aber das ist eine Frau die hat nur kurze Haare ich habe schon ein bisschen Angst bekommen am Anfang und ähm dann habe ich bekommen Nüsse mit Wasabi Geschmack Gummibärchen Nüsse ähm endlich Nüsse die 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 das ist von dem Macher von Goodwill hunting mit Robin Williams Robin Williams ich kenne den ja ich verwechse immer der und Robby Williams und Robin Williams ja ja ich glaube ich habe mal übelst hinschreiten an der guten Freunde darüber weil ich ja weil ich ich glaube dass es zwei Menschen gibt in der gleichen Zeit also dass sie gleichzeitig leben und beide so erfolgreich sind aber komplett andere Menschen sind ja und die heißen ja nicht ganz gleich deiner heißt Robin und der andere Robby Robby ach genau Kommentare darf ich nicht vergessen und zwar habe ich einen Kommentar von Black Cat Multi Saschas Zimmer kann man als Haus bezeichnen mein Zimmer ist so richtig dass man das schon als einzelnes eigenständiges das stimmt doch nicht mein Zimmer ist ganz klein ich bin ganz langweilig so das finde ich schön ich habe bei mir einen Kumpel sitzen du hast einen sitzen ja der zufälligerweise Fabis Buda ist er beobachtet unser Spiel aber der ist mehr dein Kumpel als Fabis Buda oder genau unterschiebt sich für uns echt sag da nicht hallo mal kurz so ins Mikrofilm kann er nicht hallo sagen kannst du hallo sagen mag sag mal hallo ja man ich hab dich gehört ok die haben es gehört du bist ein Fisch du bist ein Fisch du bist ein Fisch du bist ein Fisch gleichfalls wer hat jemand jemand sich weit entwickelt ist jetzt ein Frosch ja ich bin ja ab ab um seit letztem Monat nächster Level Frosch ich versuche die Geräte so ein Weg zu zum Dschungel zu bauen zum Dschungel ich will ich will dass wir so ein Verbindung zum Dschungel haben Verbindung der Message wenn jemand war was ist dann einfach kurz sagen hey Jungs da ist Lava g ne auch wenn ich was sehe sage ich dir nichts ja aber das ist von unfair aber weil du bist dumm weil du bist dumm ich bin dumm ich bin dumm aha interessant wird man jetzt persönlich oder was ja ich darf noch ich darf noch alles sagen weil es ist noch ich hab noch 10 Minuten aber wenn das Video online ist es mein Geburtstag eh vorbei man kennt richtig wenn ich hätte es hast du schon blaue Flecken wenn wir aufgehört haben aufzunehmen die Hügel ja jetzt lag schon noch hübschel so und man soll das nicht sein ich glaube ein bisschen spazieren die ganze Zeit in den Baum kommen und bin ich da sein wir machen das Alter wer soll das machen hier will ich auf jeden Fall ich habe keine Ahnung ne was macht ihr denn ne hallo ich lese euch einen Kommentar von Mister Gift Boy ich gucke mir nur Dima an weil Sascha mir zu schlecht ist und verpeilt und Fabi zu gut hehehehe gibt es sowas? hehehehe ist es ein junger oder ein Mädchen? ich weiß es doch nicht wie heißt er? ähm Mister achso ist ein Typ ja also Mister Gift Boy Mister Gift Boy Mister Gift Boy du weißt Bescheid du und ich wir sind Brows for life was zusammen also sobald irg einer Mister sagt ich bin an Mister Trashback ja man aber immer aber immer warum nennt sich so alle Mister Mann ja aber das ist alles Mister sind oder Herr ja wie würdest du dich nennen Graf ich würde mich ich würde mich Stück Scheiße nennen ich würde mich weil das sehr authentisch sorry Jungs Mister weil ich mit Mister Scheiße er will nur dass wir mit Mister ansprechen Mister Mister wow 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 schön haben wir eigentlich die Monster ausgeschalten oder ist es nur ne haben wir nicht habe nicht ich habe nichts gemacht hast du schon was gesehen? hm bisher nicht das hat mich auch ein bisschen gewundert aber als ich reingehen habe ich ein bisschen was gehört glaube ich ich will euch ja nicht sagen aber wir haben doch anscheinend ganz lange gesucht für unser neues Zuhause oder nachdem wir von unserem alten abgehauen sind ja anscheinend sind die ganzen der Nähe oder ja aber übener ja ich hab noch nie sowas nach gesehen so gruselig wo die neue Grafik schickt mich voll das voll anders gewollt können ja und ich weiß nicht ob das gut ist also Leute sagt uns eure Meinung ob euch unser Tech-Stat-back gefällt oder nicht aber es ist immer so neue Sachen die sind immer am Anfang so bäh Scheiße ja man gewöhnt sich halt an die Dinge wie die aussehen man muss sich dann wieder umgewöhnen weil die Werkzeuge und die ganzen Texturen gleich ganz anders aussehen das ist ein bisschen schwierig oh oh ich hab noch Ärger Mann bin ich blöd das sei jetzt aber nichts neues oder ach man jetzt habe ich Lava gefunden zum ersten Mal Markus, wie findest du das Spiel? Markus, ich hab ein Eimer Wasser reingespüßt du bist dumm du bist dumm süchtig, ja Mann, übel dumm oh man, das darf man echt niemanden erzählen du bist in einer anderen Welt jetzt bin ich schlecht gelaunt das find ich ja schon mal richtig gut an, ne so oh jetzt wird's dunkel Sonnerfahrung und Untergang Untergang, oder? es ist dunkel, ja wo bist du Fabi? Arsch der Welt ja und meine Eier sind nass das steht schon ja wie meinst du das? ja ich steh unter Regen oh, ich hab schon das gibt's auch einfach ich fühl mich jetzt wie Bruce von Topmodel so ey, das ist, das ist eh best, 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 eh, Schauplatz aller Zeiten oder was sagt er noch, wie sagt Bruce noch wie würde Bruce das bezeichnen dieses Madness das ist 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 Bad, aber sie sieht aus wie ein Leuchtturm wer ist sie? als wäre es ein Leuchtturm oh man gruselig gruselig bei mir ist voll dunkel, man bei mir voll dunkel, man dicke ich hab' hier voll bei Költen ich hab' ein paar okay, du machst so am Start, wir haben da wusste ich doch oh, Kohle Kohle das hält mir die Zombies vom Leib oh was Kohle oh, oh, komm, komm ey, wo seid ihr denn ich bin zuhause ich bin zuhause oh, es regnet hier, manche bisschen Holz ja, hiercos in dem Moment es ist ein bisschen raus du meinst, welches Zuhause zuhause du meinst, welches Zuhause hm, wir haben mein Zuhause verloren oh nein 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 ja nein 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 nein, spinne, kompel, eheyer, scheißen, ein bisschen herausfordern, aha, komm wir haben doch genug Kürbis zuhause aber kann man jemand Dirkus so eine Message schicken eine Message so und so Junge kommen nach Hause ja komm nach Hause ja aber wo wie geht es wow nein 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 oh du scheiße das war knapp warum war der Creeper rot auf einmal Markus kannst du uns irgendwas über Fabian erzählen ja ein paar Geheimnisse kommt ein paar Geheimnisse genau das war immer nicht was schon mal vor allem bei so dreckigen Sachen erwischt verheiratet ich ganz ganz ruhig ja ja jetzt werden wir hier privat ach so ich hab Erde abgebaut mit einer Axt ich dachte das ist Holz man bin ich dumm muss gleich wo wo ist unser Prozent auf zu können der Halle habe ich schon gebaut ach so wo muss so was jetzt bis dann brauchen wir das nicht mehr um oder das war ja so schnell der legen wir auf einmal weg oder ja so also wer keine Ahnung Zauberstab hat jemand diese diese Zauberstab ich habe ähm er habe Kommentar neue Kommentar von machen lesen durch Daniel x f y was für ein Name ähm die mal ganz ehrlich dein Zimmer sieht scheiße aus ja genau sieht so kalt aus wegen den Steinen ok sieht kalt aus aber das wird mit wegen meinem Zimmer das stimmt nicht ob du ein kleines Zimmer dein Zimmer ist scheiß aber nun meinst du jetzt auch scheiße es ist eine ehrliche Meinung oder dass du ein kleines Zimmersch ja ich habe mich mit Ranschern und klein Mainz ist man nein die Jahre aber du 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 bist ja auch sehr klein ist ein Fischmann und ein Fischpisch auch noch aber der Sascha ist halt nur mutig bei meinem Bruder neben den Sitzern genau Erschützung er hat bei meiner Hand zittert die volle Kanne keine Ahnung wieso das sind die Drogen das sind die Drogen ja keine Ahnung die zittert voll recht volle Kanne so zu wenig Zucker vielleicht sollten Osterhausen essen du hast schon einen ganzen Gästen nein war einfach zu viel nein 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 guck mal ich habe eine Theorie das war zu viel Limonade gestern Nacht weil wir haben ein bisschen reingefeiert ein bisschen ein bisschen Trinkspiel ein schönes Trinkspiel gemacht und immer war es einfach über das war zu viel Limonade auf jeden Fall Zitat des Tages der Fabi um und durch die Stimme schon was mit aber ich trinke heute nix der Monade der Leine Monade und dann vor es ist ein paar Sekunden es war deine Idee vor der Hand alle jägermeister zu holen zum Anstoßen und zwar schlossene beschlafen gegangen und die war das allein ausgetrunken was kann ich dafür machen und ja du wolltest doch du hast mich angestiftet nein ich hab's so gut gemeint für sich mal gut gemeint hat er das ich war halbtot man als ich aufgewacht bin er hatte er in Dosen auf der Terrasse getrunken mp er ist Koko Chambor und mit der Brüste Präsenz der Eheer ich möchte ich nicht dass das alle erfahren aber gut oder vorgärter kommt die Frage besoffen zu mir ein und schaltet zu der König der Löwen ein das müsstet ihr sehen und der Falle das Übel ist also die König der Löwen ist genial ja mit Abschand der größte Fan von König der Löwen oh man sieht es scheiße aus den vollen Teil schon hier jedes Mal aufs neue Heulen und wenn der Vater stirbt ja das stimmt als jemand Treppen am starten ich habe so lange das ist echt traurig man ja mann der Scheiß Kau so auf uns Karte ja wie heißt er es da war als Kaffee ist das ist auch ja 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 aber das ist Prozent das wird das hat bestimmt so eine Verbindung zu Skaffee ist könnte sein wirklich ja und da gibt es ganz viele Zeichen also der er ist ein bisschen Hitler ähnlich kann das sein ja kann das sein er führt so die jenen an die jene so tut 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 so ich brauchen bisschen Plan ich brauche ein bisschen was brauche ich das brauche ich überhaupt geht es gut aus das sieht nicht gut aus Leute kommt das sieht nicht gut aus was ist nicht gut aus nun das Haus der Eingang sieht nicht gut aus es fällt mir nicht aber ja wie kann man das schöner machen das will ich auf jeden Fall zumachen Fabi wir haben es mir das letzte mal gezeigt mit Steinen wie kann ich am schnellsten Steine machen wo das ist sehr kompliziert ja ich habe einen schlechten Speicherprozess ich habe vergessen ganz schwache Windows 68 und er war nicht dass wir jetzt nicht 68 auf Wortmann da ist ein Motherfucker Bordel der spielt hier Robin Hood man stirbt verreckt er ist dort ganz ruhig ganz ruhig er ist nicht ganz ruhig er hat er noch nicht so was immer erst gar nicht in dem Mund sonst muss ich leider verbar was machst du hier ich habe auf um und das zuerst in die Runde sein das war sie auch hier wie möglich zu besorgen weißt was das ist jetzt fängt er wieder einmal sie selber zu reden der keine Sascha Nein ich rede mit Markus ich habe ihn gefragt aber das ist eine Universal-Ausrede heute für die 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 Marken war angenehm weißt du nicht alleine zu spielen im Zimmer ach so und du meinst um du bist alleine wenn wir dabei sind nein nein ich habe ich habe meine Hände hier Markus 2 im dann wer sie ist gekommen wieder die Gerichte Küche Brüder wieder die seine Lachen soll bei wer das was man sagt Nein doch nicht Markus sein Markus du lachst bei Werth sagt immer 5 L leckere du brauchst du nach dem Ziel gar nicht zu ihm zu kommen hatte gesagt nur heute geht es vor dem Zollwächsung was er auch zu ihm überkommen er hat sie gleich überkommen die schlagen jetzt kommst du zu mir oder was kommen waren und dann abflügelst mich das an was du das nun ein Krieg explodiert nehmen uns im Haus was für eine schöne hat jemand und die reichte Steiner Bauern und die ist keine aber das sieht sogar besser aus jetzt funktioniert Spitzakke kennst du dich aus ja okay ich gehe Marco sagt ich muss arbeiten gehen so geht das gar nicht naja mach dich nützlich Gastarbeiter die Gastarbeiter wieso habe ich ein wieso habe ich hier keine Treppe ich muss zuerst eine Treppe bauen ich voll Idiot richtig und ich muss einen Kommentar vorlesen und zwar ist das ein Kommentar von Prozent es ist ja eine Kiste hier unter der Treppe Gerichhan ja da schau schau sie ist geschickt oder wer ist da wo das hat mich verschockiert ich bekomme hierher mann er lasst mich Kommentar vorlesen von ich lasse ich glaube da vorlesen von die die ich haben 1 die ich habe ich habe ich habe und zwar ja ich glaube Sascha hält den Rekord im Sterben bei Minecraft das könnte gut möglich sein Jungs ich habe ich gerade einen blauen Kripper gesehen was bedeutet das nächstes Text der Becke ist anders jetzt also sind jetzt die Kripp aus Blau oder was in der Schlumpf wird keine Ahnung Mann ich habe jetzt schlüpfen ich habe es einen roten gesehen die 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 für sich verschwunden hat was ich die Geburt die Sohn ein Gott sei noch nie so rund Kripp und das ist immer so ein bisschen das Monster oder beziehungsweise speziell eine Spinne achte ich habe ich vertreten die Fähigkeit ist es ist sie entweder haben wir wollen Volga es gibt naja es gibt es schon drunter ansonsten was gibt es noch zu erzählen werden das Video auch geladen heute in den Augen dieses Plan geht für diese Partie und es war ein sehr aufwendiges Video wir haben drei hundert Stunden das ist ein bisschen zu viel Nia Kuhmann mal 250 aber 300 ja aber wenn man alles zusammen zählt somit alles basteln den Kopf zu gestalten das war es hat schon lange gedauert ja das ist die oder Euro Raumschub ob die auch die Mordung hat denn da jemand meine wir hatten hier alles kaputt gemacht wo das ist ja deprimierend ich habe ich glaube ich war es nicht das Loch ist drin meine 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 ach nee das macht keinen Spaß da oben machte Sascha die Burg selber jetzt zu Ende nun geht es in der Sendung bei explodiert oder ja aber ich meine meine kleine und so ein weiter weg gemacht meine wie heißt es meine 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 die Maschine weiß wie ich ihn gemacht habe nun da und wird weil er nicht in der Lage ist damit um das ist eine Lüge ich habe nichts mit der Maschine gemacht ich habe ich schon eine Lüge Einspruch oder Ehren ich war da und dann habe ich gesehen dass es kaputt ist Markus ist Zeuge und dann war das kaputt es war kaputt kaputt ist das ist das war und es war kaputt als das kaputt gemacht hast oder jetzt schiebt die vor BM um m dann habe ich von dir gelernt ja aber ich war es nicht das war eine Zoller war es denn sonst ich war es auf jeden Fall nicht Lüge doch nicht so ich bin es wirklich nicht auch so kaputt gemacht nein 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 habe ich nicht ich war doch hat oder das liegt so ein nein nein ich überlege mir erzählt wer es kaputt gemacht hat also von meiner Fan Gruppe du hast eine Fan Gruppe ach du hast doch naja ich verlasse euch ich verlasse euch mit Markus irgendwo hin wo es schön ist und wo ich respektiert werde das das reicht mir jetzt du machst Sachen kaputt mutwillig immer werde ich beschuldigt Sachen kaputt zu machen ich wette mir du hast es ich wette mir wo gehst du hin die Leute sind Zuschauer die die Kinder nachschauen ob ich es war also ich meinst du oben oben war ich zum Beispiel gar nicht ich auch nicht obwohl ich bin wirst du schockiert sein nun wenn ich es war dann fressig ein Besen vor der Kamera live er muss sich die Beine Bananen aus schieben das ist aber Hartmann so oft so kommt so eine Idee und weißt du dass es wehtut es gibt Leute die wollen das versuchen ersten wollten beziehungsweise welche zum Beispiel keine Ahnung ich werde keine Namen nennen okay du hast deine Infos oder deine Insider ja ja Insider Insider die aber Banane mit Schale oder ohne das weiß ich doch nicht weil ohne Schale geht dann leicht rein ach so du hast Erfahrungen gut ja gut nein ich stell dir vor die Banane gut 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 das ist pervers das ist jetzt pervers was ist pervers du bist pervers ich bin pervers du bist auf dich besser du bist der perversere gut ich hab nur gesagt ich mach was du willst gut ich bin ein paar Spiele Prozent Prozent die Beide nach der Welt wird gut der Paar schlägt in der Welt verlasse ich jetzt mit die Eidreiter auch keine einige einige Sekunde und ich habe verletzt hat verletzt aber das Grauens Verräter echt das neue Sitzel Markus Sö enttäuscht von diesem Jungen hatte Arschbombe und die ich bin so ein Arschbombe hoffentlich Arschbombe Prozent Sascha Beis aber das ist schön das ist schön nachher gestorben das schlag ich noch ein Schweinchen das so was kein Bock auf uns kann das sein ein Schweinversuch zu fliehen und die Schlacht ist so wie soll ich denn das machen ich will nicht über einen Kommentar vor bevor ich was du muss machen um macht die Monster aus von Black White ne Black White 661 Mann das ist groß klein geschrieben das ist voll schwer zu lesen Black White 661 macht die Monster aus aber das macht doch dann keinen Spaß mehr Bruder was los mit dir ohne Monster das ist doch Muschie Modus Muschie Modus ne ne wir sind harte Männer das ist nix für uns harte Männer brauchen Monster harte Männer brauchen Monster Scheiße ich muss hier abhauen ich hab ein Schwein geschlacht und wenn Falbi mich jetzt erwischt aber bei der der Schweine fliegt nicht hier rum nur Red Bull kann das sein es ist das Markus Nürnberg verleiht Dummheit das mache ich auch zu ich glaube das geht nicht wo ist mein Fleisch und wenn ich das so recht und jetzt verlasse ich die Jungs ich muss ich muss ein Abwunder auch das war das war Karma das war Karma ihr feiert meinen Tod weil du uns verlassen wolltest verstehst du? Karma kennst du das? du hast du ein Start für etwas Gutes etwas Neues zu finden für euch kennst du das? du kommst mit Diamanten nach Hause und ihr und ihr Schleimt rum aber kennst du Karma? so funktionieren Menschen Karma natürlich kann ich Karma man das war wahrscheinlich auch Karma gierige Menschen sterben zuerst ich hab zu viel Fleisch genommen so ist es so ist es Dein Geburtstag ist übrigens vorbei du Penner ja und ich hatte einen schönen Geburtstag du bist der Blicke ja das war eigentlich der schönste Geburtstag von dir ja komm übertreib mal nicht ja ich hab das ist das so schön ich hab's auch genossen war schon gut aber der schönste was war dein schönstes Geburtstag? als ich noch im Bauch war das ist doch kein Geburtstag das ist der falsche das ist ein anderes Leben oder wenn du im Bauch bist abschießen ach übrigens unser Buch ist draußen seit heute wie es aussieht wir haben das zwar noch nicht das ist das lustige das ist bescheuert wir haben das überhaupt nicht wir haben ein paar Videos gesehen von Leuten auf YouTube die das bekommen haben bei Amazon bestellt haben das schon so ausgepackt haben und so schön in die Kamera gehalten sieht cool aus aber wir haben das noch nicht ich hoffe wir bekommen das die Tage und dann machen wir vielleicht ein Video noch dazu also wegen Bilder haben wir schon Komplimente bekommen ja ja die Bilder also ich feiere die selber auch die sind echt geil sehr schön die sind alle geklaut die sind alle geklaut die sind alle so ein bisschen abgepausten bis nachher was soll ihr Scheiß als das verletzt wie wir so jetzt alle verlaufen die wirklich warum ist es auch hell der Optionen Helligkeit das ist aber das ist man doch dass sie selbstgezeichnet sind der dritte der dritte der dritte aber ja auch oder oder sieht man doch oder auch ja klar ja 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 komm mal runter ist nur Spaß ich bin nicht immer so hier gab es doch immer ein 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 Abstieg in unserer Hütte wo man nach A nachher dass sie gefunden ich will ich will Markus etwas die Welt zeigen verstehe ich ich mache ich in Ordnung der Eier einen Kommentar noch oder nur nur einen habt ihr Bock und sind dort auch Hamburg ob die Bock auf Kommentar die Geschweine alles haben wir okay ich lese einfach um von die Kalan die Kalan das Jahr Sascha hat Schuhe hat ein Bogen hat ein Helm und du merkst es nicht Prozent der Hälfte das einfach nicht er hat es einfach im Inventar verstehe ich die ganze Zeit und zieht es nicht an ob ich schule ich habe keine Schuhe mehr die wurden mir ja weil du schon so oft gestorben bist ja mann weil weißt du warum du bist scheiße echt? hat er das auch gesagt? mhm das steht zwar jetzt nicht drin aber ich glaube das hat er so ganz leise gesagt ich bin ein bescheidener ähm ähm Spieler der alten Schule ey wow Verbindung unterbrochen was ist los? sollte das?